Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Anführer der Finsterblut anzunehmen bei Scharfseher Mark Gadesch in Nagrant an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vor Quest ist mir persönlich keine bekannt. Solltet ihr eine kennen, dürft ihr es gern in die Kommentare posten, damit helft ihr sicher einigen Spiel ab. Bei dieser Quest soll man den Topf von Ofdorf von Finsterblut besorgen, von Finsterblut. Dieser Ofdorf ist ziemlich weit weg ab diesem Punkt, deshalb werde ich jetzt eine kurze Unterbrechung machen und sobald ich angekommen bin, werde ich mich wieder bei euch melden und euch zeigen, wo diese Ofdorf ist und wie ich da hingekommen bin. Nicht wegschalten, bis gleich. Da bin ich fast bei Ofdorf angekommen. Bleib mal in der Luft, nicht dass mich die Mobs angreifen. Also der Weg ist ziemlich einfach, Abgabe darf entweder durch Halla und hier entlang. Falls Halla der Allianz gehört, könnte es problematisch sein, lieber nicht wagen. Dann könnt ihr hier außen rumlaufen oder event lang oder einfach drüber fliegen, falls ihr schon fliegen könnt. Aber ich vermute mal nicht. So, nun schauen wir mal, wo genau diese Ofdorf ist. Also ich bin von da gekommen, da ist Halla. Und weiter geht's. Dann haltet man sich hier links und nun muss man in dieses große Gebäude. Gleich geht's los. Und Action. Erstmal diese Mobs versiegen. Ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bin ich Samstag und Sonntag ab 6 Uhr früh zu sehen und Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr. Da ist es arbeitsbedingt nicht so genau zu sagen. So, an dieser Stelle laufen wir in dieses Gebäude. Und wie ihr seht, hat diese Ofdorf 2 Ads. Hier könnt ihr waschen, schieben, blenden oder einfach drauf los stürmen. Ich bin der Fan von mit Gebrüll drauf los. Fokuss erst mal diesen Mob. Dann stelle ich den Totem. Dann stelle ich dieses Totem. Dann haue ich dieses Totem um. So, der Mob ist tot. Dann haue ich diesen Mob um. Falls ihr die Quest in BC Classic macht, dann wird diese Taktik vermutlich nicht funktionieren. Ich glaube, da waren die Mobs ziemlich schwer. Ich kann mich aber auch täuschen. Oder ihr seid voll die Superbrust. Und jetzt habe ich nur noch Ofdorf von Finsterblut. Das Ganze sieht bis jetzt sehr gut aus. Wunderbar. Und jetzt nicht weglaufen. Ihr braucht seinen Kopf. Also looten. Ich mache jetzt nochmal kurz eine Unterbrechung. Und werde mich dann wieder bei euch melden, sobald ich in Gavadar bin. Bitte nicht wegschalten. Ich bin sofort wieder für euch da. Und schon bin ich in Gavadar. Das Ganze hat ziemlich flott funktioniert, denn ich habe abgekürzt und bin nicht mehr den Weg entlang geflogen. So. Und gleich bin ich auch schon da. Die Quest ist abzugeben bei Scharfseher Mark Gadesch in Nagrant an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. In der Videobeschreibung gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Nicht vergessen. Äh, it's okay. Ende. Okay.